Bogen um meine Stadt, Junge! Wir sollen hier lang, aber wir kennen den Code nicht. Ich geb mal irgendein random einen Code ein. Nee. Klasse. Erdgeschoss. Erstes Geschoss. Das hier ist das erste Geschoss. Zwei... Ähm. Ja. Toll. Zweites Geschoss. Und, äh, ja. Fehlendes Geschoss. Schaden nehmen. Lass mich durch, Digger. Mann... So was regt mich richtig auf. Das geht gar nicht klar, so was finde ich. Oh, ey. Mach auf. Hier komme ich zwar ins dritte Geschoss, ja? Aber... Okay, hier kriege ich auch rumpflege. Aber... Das bringt mir nichts. Jetzt bin ich im dritten Geschoss. So, aber ich kann nicht aus dieser Wohnung raus. Also ist das alles ziemlich tracklos, hier oben zu sein. Oh! Oh! Hier ist auch nichts. Hier ist nichts. Toll. Oh! Dieses Spiel kotzt mich gerade richtig ab. Oh! 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 Irgendwo lang. Hier geht's raus. Oder zumindest durch. Ach, hier waren wir ja schon. Toll. Klasse. Super tolli toll. So. Telekinese. Mal aus. Just for fun. Ähm. Rüber da. Los. Oh Mann, du Affe. Sag nicht, da komm ich jetzt nicht wieder rüber. Ich muss nur... Oder? Lampe. Boom. Lampe. Boom. Das kann ich nicht mitnehmen. Egal. Es ist wirklich da rüber. Meine Fresse. Hey, wo geht's denn jetzt hier lang? Hier geht's nicht weiter. Das hab ich mir jetzt angezogen. Oh, ein Kamerastativ. Boom. Was gibt's jetzt? Einen Stuhl. Und noch ein Stuhl. Und jetzt? Ist leer, oder was? Toll. Wie ich sowas... Ja, liebe, ey. Hier waren wir noch nicht. Okay, vielleicht kommen wir hier durch zum dritten Stock. Die stören einfach. Bett. Kaputte Wand. Brände. Brände. Napalm. Oten. Kühlschrank. Bandagen. Tür. Tür. Natürlich geht's in... Fick dich einfach, Mann. Oh, hey. Oh, so eine Scheiße. Du, was geht einfach nicht klar. Wie kann man so eine Dreck... So eine Dreck programmieren. Das sickt mich grad richtig auf. Ich hab keine Ahnung, wo ich hingehen muss. Das kann ich selbst machen, verdammt. Und ein Foto geschossen. B. Und irgendwas 15%. Egal. Neben dir liegt eine Schrotflinte. Die nehm ich mit. Und da sind wir auch schon einmal in der Runde gelaufen. Und diese Tür geht nicht auf. Ach, das ist die... Die Wohnung von Tennebaum. Okay. So, jetzt waren wir überall. Wir waren überall. Außer da. Vielleicht sollte ich dann mal da lang gehen. So, jetzt hier rein. Ah, diese Tür. Die hab ich übersehen. Okay. So, interessant. Was gibt es denn hier alles? Verbandskästen. Und natürlich ein Bad. Ein Bad, in dem nichts ist. Also, Kacke und Leichen. Und Alkohol. Und Splittergranaten. Und ein Waffen-Update-Automat. Ja, machen wir mal die Schrotflinte. Booms, Alter. Macht dir auch mehr Schaden. Was ist denn das? Sonst war ich doch überall, wo ich irgendwie hin kann. Boah, so ein Dreck, ey. Die nächste Probe von Versuch 192 findest du oben in den Maryshuten in Fontaines eigenem Penthouse. Den kurzen Auszug findest du in Paparazzis Tagebuch im dritten Stock. Gut, aber in den dritten Stock komm ich nicht. Also, es soll die Scheiße. Ey. Oh, Mann. Sowas regt mich richtig auf. Ich hab keinen Plan, wo ich hingehen muss. Oder zumindest, wie ich da hinkomm. Und es regt mich einfach nur auf. Ja, wir haben zuhören. Und es ist durch das Sonnen. Ich war überall, wo ich hin kann. Ich war wirklich überall. Hinweise. Schließen. Aktiv, Waffenwechsel. Lass mich sehen. Toll. Hilft mir jetzt auch viel. Schließen. Ich weiß, dass du stirbst. Feuer. Sonst gibt's hier Scheiße. Mehr nicht. Scheiße gibt's hier. Jetzt bin ich im zweiten Stock. Und da ist der dritte Stock. Nur das führt in da hin. Aber. Tenderm Apartment. Apartment von denen. Ey, was soll denn diese Scheiße, Mann? Was ist hier irgendwo eine Kamera? Oh, ey. Turn mich ab, Spiel. Tu's einfach. Spiel war so schön. Bis jetzt. Oh, ey. Klasse. Jetzt bin ich nicht mal mehr aus dieser Wohnung rauf. Mach auf. Kürze auf. Boah. Es geht hier nirgendwo in den dritten Stock. Tender Bombs Apartment. Ey. Sowas geht einfach nicht klar. Oh, mein Gott. Allerb ist aus. Da müsste jetzt inzwischen jemand tot sein. Nein, doch. Jetzt hat jemand überlebt. Mann, mach die Tür auf und halt deine Fresse. Naja, ich mach einfach mal hier an dieser Stelle. Stopp. Und. Äh. Hier hast du jemanden gesichtet. So, ich stopp einfach mal an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Euer Rufus.